Hey Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Part von Clash of Clans. Ja, ich hatte vorhin schon was aufgenommen, allerdings mit Camtasia, weil mein DxTory rumgespackt hat. Ja, da habe ich ein bisschen, habe ich einen Klangkriegangriff gemacht. Ich weiß gar nicht, wo sind die D? Nee, nee. Einmal hier den 32er hatte ich vorhin gemacht und einmal hier den, die 38er, ich habe ja auch drei Sterne gemacht. Perfekt, sechs Sterne geholt. Ja, es hat sich ja einiges verändert, wie ihr seht. Ich kann mal eben nachgucken. Am Ende des zehnten Parts, ja, war ich sehr weit, wie es aussieht. Da hatte ich noch alle Mauern auf Stein, auf der ersten Stein und auf der zweiten Stein-Dings. Und jetzt Gold auf, also 5 und 4, so vorher hatte ich auf 2 und 3. Läuft. Magierturm war gerade am Upgrade, ist jetzt 2 und der Minenwerfer ist auch 3. Hier alle Bogies auf 6, alle Kanonen auf 6, alle Armeenlager auf 5, alle Kasernen auf 7. Äh, ich bin gerade die Goldminen auf 8 upgraden, der Alexys haben wir schon auf 8, alles andere auf 7. Klammburg halt 2, das alles 9. Hier, äh, Boban 3, Riesen 2, Mauerbrecher 2, Magier 2 und Bogies 3. Bin hier gerade beim, ähm, äh, Blitzzauber-Upgrade auf 3. Ähm, ja, Bombenmax, Luftbombemax, äh, Luftabwehr ist auch max. Ähm, ja, alles gemaxzt. Bis auf halt die Goldminen und so und die Mauern. Ähm, aber 5 ist auch das höchste hier. Ähm, ich hatte ein paar Belohnungen, ich weiß nicht mehr welche das waren. Ähm, Goldjagd war auf jeden Fall, hatte ich bekommen. Hat mir 10 Juwelen gebracht. Ähm, ja. 5, nee, 500 Minen werfen auch nicht. Und, äh, Clankrieg. Nee. Hatte ich das? Ich weiß nicht, ob ich das bekommen habe. Mit 50. Sterne? Nee, nee, hatte ich nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich Kriegsbeute bekommen. Das war 100.000, äh, eine Million. Insgesamt hatte ich auch noch ein Dings bekommen. Und eins noch, ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall ist mein nächstes Ziel die, äh, Trophäen. Die 200, äh, 1250. Da kommen, schaffen wir locker hin, denke ich. Und auf jeden Fall die Sterne hier in der Kampagne bekommen. Wir brauchen dann, wenn wir das geschafft haben, noch 50 Juwelen. Die kriegen wir. Indem wir die hier auf, äh, 50 Sterne in der Kampagne machen. 10. Ähm, indem wir 7 Rathausen noch zerstören, sind 10. 250 Bauhütten, bin ich mir nicht sicher, aber das wären auch nochmal 10. Und ja, sonst muss ich, äh, halt, wenn ich das Rathaus-Upgrade gehe, schön Goldlager auf 10, äh, auf 9 machen. Auf 10 machen, dann habe ich hier auch 10 weitere Juwelen. Und, ja, auf jeden Fall, durch, äh, Büsche und so, Hindernisse, kriegen wir auch nochmal was. Und ja, wir machen jetzt erstmal einen Angriff. Das kann ich wieder schließen. Ja, den packen wir nicht. Hätte zwar ein schönes Loot bekommen, aber, äh, nee. Alter, was sind das denn für Gegner? Der sieht knuffig machbar aus. Die machen wir auch. Hier erstmal ein bisschen rauf. Dann hier auf jeden Fall. Raufklatschen. Hier noch einiges hin. Und hier oben noch ein paar. Dann hauen wir hier jetzt nochmal Bogies rauf. Dass so ein guter Angriff wird, weiß ich ja nicht so, ne. Aber 50% haben wir. Ich würde gerne die Rathäuser eigentlich zerstören, aber irgendwie packe ich das nicht, wie es aussieht. Wird halt doof mit dem Minenwerfer. Der ist halt für den Arsch, ne. Der gammelt da noch vor sich hin. Aber das müsste, ja, mit den ganzen Barbaren hier. Wenn sie jetzt alle auf eine Mauer und so klatschen. Doch, doch, das könnte ein 100%-Kampf werden. Ich bin mir nicht sicher. Aua, aua. Ja, gut. Jetzt wird's noch schwerer. Aber yes, das wird ein 100%-Kampf. Schöne Sache. Haben alles erledigt. Schön relativ viel Loot bekommen eigentlich, ne. Und schöne Trophäen. So, dass wir schön... ...bald die 1250 erreichen könnten. Ja. Das war doch ein schöner Angriff. Ich barge hier vor mein... äh, vor mich hin. Das ist für mich mit... die beste Taktik einfach. Später halt, wenn man noch irgendwie Golems oder... ...Drachen und, äh... ...die ganzen Scheiße hat. Dann ist es halt noch krasser. Aber, ne. Jetzt hier halt... Ich meine, ich bin auf Rathaus 7. Kammel ich auch noch mit meinen Golems, äh, mit meinen Batschen rum. Aber ja, ähm... Ich kann hier übrigens nochmal... ...mein Hauptaccount zeigen. Und zwar werde ich demnächst auf Rathaus... ...8 gehen. Ich hab... ...fast alles Max. Von der Verteidigung her ist alles Max. Luftabwehr ist grad... ...wird grad abgemaxt. Tesla ist Max und so. Mein King wird grad auf 4 gemacht. Ich hab 2 Kasernen Level 9, ist Max. Halt alle Armeenlager. Level 6 ist auch Max. Die Kaserne ist Level 8. Die wird grad auf 8 gemacht. Ähm... Genau. Und, ja, das einzige, was mir jetzt noch eigentlich fehlen würde... ...wär halt, äh, Mauern. Goldmin und Elixiersammler. Und... ...die beiden Kasernen. Und der Bohrer. Ich hab auch meine dunkle Kaserne auch schon auf 2. Meine Drachen sind grad auf 2. Also Levelen grad auf 2. Noch 6 Tage oder so, dann sind die auf 2. Und... ...ja, ich freu mich aber richtig... Oh, ich freu mich richtig, dass ich endlich Schweinereiter hab, ey. Das ist richtig cool. Freu ich mich richtig drüber. Und ja, wie gesagt, sonst ist alles Max. Ich werd wahrscheinlich demnächst halt dann auf Rathaus 8 gehen. Hab mir das so überlegt. Ich warte jetzt halt noch die 3 Tage oder wie lange das dauert hier, um diese Luftabwehr zu upgraden. Und dann werde ich das wahrscheinlich so machen, dass ich halt, äh... ...Gold spar für mein Rathaus 8. Und dann... ...werde ich halt, äh, während des Rathaus auf 8 upgradet, werde ich die 3... ...Goldmean upgraden. Ähm... Ich wollt eh gleich einen Angriff machen. Das dauert... Äh... ...zwei Tage, ja. Das passt perfekt. Hab ich die 8 Tage auch rum. Wenn ich in der Zeit halt das Elixier zusammenkriege, ne. Das ist halt auch wieder die Sache. Aber ja. So hatte ich mir das halt überlegt, dass ich das so mache. Ich hoffe, das klappt auch so. Wenn nicht, wär das ein bisschen doof, aber krieg ich schon irgendwie hin. Oh Mann, kostet das viel, wenn ich die ganzen... ...äh... ...Schweinreiter ausbilde. Äh, ja, gut. Aber das war's dann auch erstmal mit diesem Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Wollte jetzt erstmal einen kurzen Update geben. Ich hatte echt... ...lange Zeit nichts aufgenommen hier von Clash of Clans, ich weiß. Aber es hat sich halt extrem krass entwickelt. Ich bin aber auch wirklich, muss ich sagen, nur... ...höchstens zweimal am Tag drin. Meistens eigentlich nur einmal am Tag. Manchmal sogar gar nicht am Tag in diesem Account drin. Äh, um halt einen Angriff zu machen und ein bisschen was zu upgraden, wenn ich das Golden Elixier hab. Mehr mach ich auf dem Account eigentlich nicht. Das ist das Problem. Ähm... Ich will versuchen, hier auf dem Account aktiver zu werden, sodass ich wirklich öfter ein Video bringen kann. Ist nur nicht so leicht. Weil ich einfach... ...die Lust, keine Ahnung, die Lust wahrscheinlich nicht finde, um das zu machen. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Hey Leute, willkommen auf das Endcard von Clash of Clans. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und dieses Video bewerten. Unten links kommt ihr noch einmal zu der letzten Folge. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein. Na. Na. LA 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 LA! LA 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 LA!!! Lala!